Digga, warum sind hier keine... Digga, ist hier gar kein Auftrag. Ach, guck. Jillo, ich will Nuke machen, Bro. Bei Solo, weißt du? Also ich hätte zwar schon Bock, dass du mich wieder mit dem Boot abholst. Aber es wäre auch nice, wenn ich erst Dings machen könnte, ne Nuke. Wenn du verstehst, was ich meine, mein bester. 1-1, vordere Aufklärung an. Verstanden, Thron ist online und kreist über Einsatzgebiet. Kreist runter von ihm. War gar nicht Swetty gewesen. Meine Hände haben btw noch 0 Grad. Würde die gar nicht. Keiner Fun-Fact, Klette ist nicht One-Shot, weil ihr es noch nicht wusstet, bis dato. Jetzt wisst ihr es. Da hat eine geile Waffe da, ein geiler Apparelob. Okay, die Waffe ist so stark und die hat gar keinen Rückstoß. Geil. Kämpfe ich gerade einen Soldat James Ryan oder was gegen den Sniper? Und da gibt es gar keinen Tiger-Panzer. Boah, der war ja mal schlecht. Der Preh noch da oben. Boah, ein Tiger-Panzer, das wäre es in Solos. Hey, Ginjo, bist du noch im Chat? Der Mann, der mich immer mit dem Boot abholt. Kannst du auch einen Tiger-Panzer spawnen? Und mich mit dem abholen? Was ist denn mit dem, Alter? Der Mann geht es gar nicht gut. That's basically a free self-rest. Ich warte jetzt, btw. Ah, okay. Hab ich gar nicht gesehen. Perfekt. Cool, dass ich das nicht gesehen habe, Chat. One more time. Yippie, here we go. Oh Gott, das ist der Abhack-Dings, ne? Bombenräumung. In der Festung wurde ein Sprengsatz platziert. Entschaffen. Wisst ihr, wie lange das manchmal braucht, das aufzunehmen? Ich glaube, hier in dem Kommand wirklich nur mit der Leiter hier hoch, ne? Ne, das hier ist... Achso, ich muss den da unten entschärfen. Ne, ich glaube, das ist der gottloseste Spot, den es gibt. Okay, Dennis. Good to know. Good to know, actually. One more time. We're gonna celebrate. Freitag, Chat. Der Name ist zwar nicht, kein Programm mehr, dafür ist heute Samstag. Das ist mindestens genauso gut. Danke für die fünf Begifte in Sabarinos. Moin, Scanner. Dankeschön, Freitag. Schönen Samstag wünsche ich dir. Das ist mindestens genauso gut. Ich hab grad der Alor gesagt. Alor. So, wo ist jetzt die Plexite, wo ich hin muss? Wo ist die? Bin ich blind? Hier. Ich hab grad die Aufklärung. Das ist der Start. Ohne ist im Einsatz. Ohne ist kein Treffstoff mehr. Die Kerze zu Basis zurück. Willst du mit mir sprechen oder nicht? Kannst du sprechen? Kannst du sprechen? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß nicht. Hallo, kannst du mich hören, Bro? Ich kann dich hören, Bro. Ich kann dich hören, Bro. Okay, Bro. Bitte, Bro. Ich bin zu dem Spiel. Ich bin in Level 7. Wenn du mich fühlst, Bro, lass mich sein. Kann ich auto-reanimieren oder nicht? Ja, kannst du revivieren, aber nicht mich schütteln. Aber nicht mich schütteln. Nein, ich schüttel. Ich schüttel. Okay, okay. Danke. Also nicht mich schütteln. Ja, ich schüttel. Ich schüttel. Okay, schüttel. Schüttel, 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 schüttel. Ja, schüttel. Okay. Wie ich schüttel? Ich schüttel. Ich schüttel. Ja. Jetzt kannst du dein Weapon, bitte? Ich schüttel, dass du mich nicht schüttelst. Nein, nein, nein. Ein anderes Button. Ein anderes Button. Ein anderes Button. Was, was? Das ist nicht richtig. Du musst dein Weapon dropen. Du bist auf Kontrolle oder Maus und Key? Ja, so. Okay. Jetzt schüttel. Okay, okay. Wo bist du, mein Freund? Hier, hier, hier. Okay. Wo bist du, mein Freund? Ich bin von Morco, bro. Wir spielen morgen. Tomorrow in der World Cup. Ah, morgen. Nice. Nice, nice, nice. Ja. Wo bist du, bro? Ich bin von Deutschland, mein Freund. Germany. Oh, nice. Oh, Almanya. 1-2-1. Ja, sie haben verloren. Ja, sie haben verloren. Okay, warte, jemand kommt. Hallo, willst du sprechen? In der Auto? Okay. Willst du sprechen oder wir töten dich, bro? Wir töten dich oder wir töten dich? Okay, es geht nicht. Warte, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Okay, niemand. Okay, niemand. Ja, ich habe das. Okay, bro, blablabla. Sag mir, was ist das Weapon? Okay. Du hast den M4, den Tag 5-6. Ja, ich habe den M4. Hier. Hier, M4. Ja. Und Sniper? Ja, Sniper ist okay. Was ist das Sniper? Was ist das Sniper? Ich denke, es ist der Victus oder so. Victus, Victus. Victus, okay. Ich denke, es ist das beste. Okay, nice. Okay, nice. Let me, let me, okay. There ist jemanden! There ist jemanden! Ich habe dich, ich habe dich. Take meinen Sniper, kill ihn! Nein, nein, du bist gut, du bist gut. Okay, hier, was wird passieren? Was ist dein Name, mein Freund? Was ist dein Name? Bro, mein Name ist Zenko. Zenko? Okay, Zenko. Das wird passieren, okay? Und was ist dein Name? Mein Name ist Chris Zenko. Nice to meet you. Chris, okay, nice. Nice to meet you, bro. Ich bin eigentlich... Nein, 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 nein. Ich... Okay, okay. Okay. Was wird passieren, ist, dass ich dir etwas Geld hier, mein Freund. Yes. Oh! Du fährst all deine Geräte und ich wünsche dir das Beste in der Leben, okay? Zenko? Oh, danke, Bro. Warte, was ist deine Skin? Okay, wenn ich dich sehe, werde ich dich nicht töten. Okay. Ich muss dieses Spiel gewinnen. Aber ich wünsche dir das Beste, mein Freund. Okay. Ich wünsche dir das Beste, mein Freund. Ich wünsche dir. Bye, bye. Bye, bye. You too, Bro. Bye, bye. Wait, I leave the Batumen, okay? Yes, bye, bye, bye. Er war so'n kleiner Feini. Jetzt habe ich meine Muni nicht mitgenommen, ne? You want to play? Nein, jetzt wieder Outgun bekommen von den Bots. Nein, ich will nicht schon wieder sterben. Jungs, ich will nicht, ich will nicht schon wieder sterben. Wo ist die Map für Schaden drücken? Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Gute ist, er kann mich nicht früh killen, alles gut. Nein. 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 Ich sterbe hier. Dankeschön! Dankeschön! Oh mein Gott, hier sind so viele, ne? Das ist halt nicht geil, dass hier so viele sind. Und er ist irgendwie ein Sweater noch. Ich habe keine Sem-Tags, ich muss jetzt irgendwie eine normale Nate werfen. Da muss ich irgendwie meine goldene Rache aufbauen. Zielgebiet markiert! Verschuss freigegeben! Longboard 3-1 ist bereit! Angriff erfolgt! Angriff erfolgt! Angriff erfolgt! Angriff erfolgt! Sveti ist das Endgame! Nivea! Fakt! Angriff erfolgt! Fakt! Fakt! Kaste! Fakt! Wo ist mein Bullittrek? WTF, Bro? Ich weiß nicht, was es für Spiele-Chat ist, ich weiß nicht, ist es Trivals, ist es 100.000-Euro-Turnier, oder ist es einfach nur eine normale Solo-Lobby in Europa? Ich weiß es gerade nicht. You guys tell me in the chat. Aber jetzt chat, ihr wisst, was das heißt. Und gleich wieder Dart-Chat, müssen eh kurz warten, bis sie gesucht hat.